Hallo und herzlich willkommen Leute, mein Name ist Kuschel und das ist nur ein kurzes Infovideo und zwar geht es um Infinite Warfare DLC 3. Ja, vor kurzem hat Lee Ross heute bestätigt, dass Infinite Warfare DLC 3 am 6. Juli zuerst für PS4 erscheinen wird. Ihr wisst ja, es kommt immer erst für PS4 und dann einen Monat später für die anderen Plattformen. Ja, und das Absolution DLC wird wie immer Multiplayer-Karten enthalten und eben auch hier die neue Zombie-Karte. Ja, die Zombie-Karte heißt Attack of the Radioactive Thing und sie findet in den 50er Jahren statt. Es gab leider keinen Trailer-Reveal heute dazu, also ich hoffe, dass es jetzt bald kommt. Ich meine, wenn das nächste Woche rauskommt, dann dürften wir eigentlich bald einen Trailer bekommen. Heute ist ja immerhin schon Donnerstag, also spätestens, ich weiß auch nicht, Dienstag, zwei Tage davor. Also für mich ist das alles schon ein bisschen knapp, also es dürfte schon ein bisschen früher kommen, meiner Meinung nach. Ja, also wie gesagt, es kommt nächste Woche am 6. Juli, das ist ein Donnerstag, raus. Das Einzige, was für mich jetzt persönlich so ein kleines Problem ist, ist, dass am 5. Juli, am Tag davor, hier die Zombie-Weltmeisterschaft anfängt. Da hat man zwar zwei Wochen dafür Zeit, bloß ich habe so das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen beides gleichzeitig passiert und ich mich für eine Sache entscheiden muss. Ich möchte wirklich gerne bei dieser Weltmeisterschaft mitmachen, aber gleichzeitig möchte ich auch die neue Karte von Infinite Wofür spielen. Dementsprechend stehe ich jetzt gerade da und mir so, hm, was mache ich jetzt? Ich warte ja natürlich schon länger auf DLC 3 von Infinite Wofür, aber es hätte jetzt nicht unbedingt gleich einen Eintrag, nachdem diese Weltmeisterschaft anfängt, sein müssen. Vor allem, ich habe mich ja dafür auch registriert und alles und werde das jetzt natürlich nicht in den Sand schmeißen. Dementsprechend, mich würde es mal interessieren, was wollt ihr sehen auf meinem Channel, was von den zwei Sachen ist euch wichtiger. Wenn natürlich ein Trailer rauskommt, neue Infos kommen, findet ihr natürlich alles auf meinem Kanal. Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, wie zum Beispiel zu der Weltmeisterschaft, da sind ja einige Fragen aufgetreten. Oder ansonsten irgendwas, schreibt es mir in die Kommentare, ich versuche es so gut wie möglich zu beantworten, wenn ich die Antwort weiß. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.